Sind der Jochen und der Franz denn dumm? Sie erkennen den Knecht Ruprecht nicht? Nicht einmal, als der den Sack fallen lässt mit allen Spielsachen und Puppen. Da standen sie nur mit offenem Mund, während der Alte die Scherben wieder zusammenfügt und die zerbrochenen Puppen heilt. Die reine Hexerei. Der Franz legt sich auch noch mit ihm an. Bis die beiden voller Schrecken merken, wer ihnen da begegnet ist.